Achttausendvierhundert Was? Wie viele? Oha, wie viele, Digga Richtig, diese eine Person Ich küsse dein Herz, Digga Wie viele? Gute, Digga Ich will mir jetzt eine Kamera kaufen, aber Kein Geld Kein Geld Willkommen zu einem neuen Video Gegen Tobi, ihr kennt ihn ja schon Heute gewinnen wir Das ist natürlich klar, wir gewinnen heute Verlierer, muss ein roter Eis trinken Grüße gehören auch an Hype Dich brecht auch noch irgendwas Ja, Digga, mit dem hast du es auch gemacht Gliberig, ne? Okay, heute gewinnen wir Zehn Fragen, zehn Sportfragen Ihr kennt das Format ihr schon, wollen wir erklären Kein Abfahrt Nemesis Wie groß ist Kobe Bryant? Weißt du? Achso, ich hab ja kein Handy Groß war Kobe Bryant Recipe Ja, 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 man True? Ja, ich hab was 1, 2, 3 1,95m 1,98m 1,95m Ja, ich wollte auch erst 1,98m Scheiße Dieser Moment, wenn man grad das Video schneidet und merkt, dass es bei der ersten Frage eigentlich unentschieden stand Also im Endeffekt habe ich geschummelt Sorry Sorry Tobi Ja Ich überstrich lässt du 1,99m Ja, 1,99m Ja, Yannick merkt immer 1,99m Erst muss ich das merken Ja Ja Ein kurzer, ein kurzer Und immer ein Paper sonst Paper, Paper Okay Ähm Wie tief war der tiefste Tauchgang mit Sauerstoffflasche? Boah, Digga, tschüss Tschüss Mit Sauerstoffflasches helfen Was machst du? Hast du dir, ne? Okay, ich hab glaube ich Ich glaube ich hab Hast du keine Ahnung? Ja, ich bin auch ganz schwer 1,2,3, 43m 600m 332m Ich bin ja dran, ne? Ich bin ja dran, oder? 332m Du bist mehr dran, ne? Das heißt, ich bin ja nur 200m Du hast 600m Ja, du bist mehr dran 1,1 Ja, 1,1 Echt? Bin ich echt mehr dran? 332m Bei mir ist 290m Ja, ich bin ja dran, ja 1,1 Ah, das war aber close Das war sehr close Okay Das tut weh Wie viele Bergsteiger erreichten den Gipfel des Mount Everest Stand Ende 2018? Warte, ich hab noch Ich hab noch Wieso warten nochmal? War noch eine Frage? Wie viele Bergsteiger erreichten den Gipfel des Mount Everest Stand 2018? 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,1 Wie viele Pins gibt es beim Bowling? Ja 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 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,1 3,1 3,1 3,1 Noch 6 3 In einem einzigen Jahr gab es bei der Olympiade auch die Kategorie Sackhüpfen In welchen? In welchen? In welchen? In welchen? Ja 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 Sackhüpfen Ja ok ich hab was Warte Ja 1,2,3 1985 1936 1934 1934 3,2 Ja Ja Ich wusste was das lange her ist Ich dachte bestimmt so vor, auf jeden Fall vor dem Krieg, also 1936 oder so 1934 Die man hat die ganze Zeit geübt Du musst die manche immer trainieren, die hat einen Sackhüpfen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ok Ok Wie hoch war der höchste Klippensprung? Oh ich weiß nicht Ja Ich hab das Ok ja Auf 3 1,2,3 76 Meter 52 Meter Oha Wie viel? 58,8 Ja weil Kann ich da kurz sagen warum ich nicht über 60 genommen hab Weil Ab 60 Meter wirkt Wasser wie Beton Deswegen wusste ich es muss unter 60 sein Aber kann sein denke das ist aber auch Nein kannst du eingeben Gib ein bei Google Ab 60 Meter ist Wasser wie Beton Gut Durch die Fallkraft kannst du dann nichts weiter ändern 3,3 Guck Da hat er sich gefreut Zack aufgeholt Was hat raus hier? Noch 4 Fragen Päpperoes Ei Ehh Ehh Digger Ich schwöre Ok Wie weit muss man bei Iron Man Teatronen Rad fahren Kilometer Was? Iron Man Marathon Rast fahren Wie weit muss man Rad fahren? Ja Ok Ich hab Ja Aber nein das ist so wenig Digga Ja aber ich hab ok Warte mal ich hab 1,2,3 40 120 Kilometer 180 Ja 2,4,6 Kilometer Ja Iron Man ist das Oder Iron Man weißt du was das ist Ja das ist Schlimmste Marathon der Welt Ja deswegen Er ist immer auf Hawaii Ich wollte 80 machen Digga 4,3 4,3 für mich noch 3 Fragen 4 Fragen hab ich noch 4 Fragen hab ich noch 4 Fragen 4 Fragen Ich bin nur bis 10 Ich bin nur bis 10 Ich führ 4,3 3 Fragen noch Und bei Stechen ist eine letzte Frage Wie war der tiefste Tauchgang ohne Sauerstoffflasche? Hatten wir doch schon Ohne Ohne Oha jetzt ohne Der tiefste Okay Okay hab Das schafft er Das schafft er Das ohne Wir nicht 1,2,3 15 120 214 Meter Ohne Sauerstoffflasche Ohne Sauerstoffflasche Digga was Warte mal kurz Wenn ich die nächste Frage gewinne Kannst du nicht mehr gewinnen Nein Ich führ jetzt 5,3 Ohne Sauerstoffflasche Ohne Sauerstoffflasche Ja so ey Matelby hatte das ja auch gemacht Mit 60 Meter runter Digga Und dann äh Wie geht das denn bitte? Schöne Frage jetzt Schöne Frage Ja ja Schöne Frage Die Fresse Wie viele Bergsteiger kamen beim Steigen des Mount Everest ums Leben Stand Ende 2018 So jetzt überleg wie viele sind Wie viele waren Wie viele sind gestorben Okay ich hab ne Zahl weil ich Ich glaube 3 1,2,3 200 25 Über 300 Ja ich hab gewonnen Oh Niko kriegt das Rohrein Und der Nemesis bedankt sich mal wieder Hä das ist Er schummelt Digga eigentlich schon Er ist einfach schlau Er ist einfach schlau Noch nie verloren auf diesem Kanal Ungeschlagen Digga welcher Mist Welcher Mist Welcher Mist 200 Meter Und welcher hohen Stück bei Mount Everest Ey Digga ich geb dir jetzt meine Hand oben Nächstes Mal Schätzfragen Du kriegst einfach einen Vorsprung Schöne So dann nimm doch mal einen richtig guten Schlupf Wie ist das möglich 24 Meter Wie ist das möglich Ja ich hab gehört Ich hab mal gehört Der Rekord im Tieftauchen Ohne Sauerstoff Lager zu tauchen liegt bei 22 Minuten Genau Ja genau Meine ich ja genau Ja ich schwöre Ich hab einmal schon große Das kann man nicht ab Digga Warte 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 Aber jetzt geht Umdrehen 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 Aber zack 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 Nicht zack Okay Digga Jalla Ja okay Bruder Du bist der coolste Kameramann auf End Du willst du Trink mal jetzt Film mal lieber dein Brinsen Digga Trink mal jetzt Mag ich gerne? Ja Trink mal jetzt Trink mal jetzt Slup, Slup, Slup Oh 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 Có Oh 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 Ey, boys, ey.